Servus Leute, da sind wir wieder bei Propant. Das Kartoffenkommando, nicht massentauglich und äh... Na? Gaming Galaxies! Gaming Galaxies! Und Nils! Na? Garmin Galaxies! Alleine! So komisch hat es hier so. Nicht massentauglich ist auch da. Außer Dario. So, jetzt gerade sind wir auf der Map. Na, welche ist es denn gleich nochmal? DE oder CS Inferno? DE. Ja, es ist DE, weil es eine Bombenkarte ist. Okay. Wer hat sich als eine Refrischie hier versteckt? Äh, mein chinesischer Austauschpartner hat gestern seine Klamotten in der Dusche gewaschen. Sein Austauschpartner. Durchaus normal. Hier hört es zuerst. Nils ist schwul. Weiß ja nicht, was für Zustände da in China sind. Nils, ich nenne es auch mal Austauschpartner, aber es stimmt halt nicht. Fuck, ich nicht fest. Austauschpartner, wink. Also, ich bin schon mit der Landschaft verspolzen. What the fuck? Du bist die Landschaft. Tötet den Boden! Tötet ihn! Screw you, Boden! Okay, ich schau gerade hier. Genau jetzt labert er mich an. Ja, man sieht mich gut. Ich hatte schon Angst, dass ich irgendwo reingespritze bin. Also ich habe es schon dreimal getauntet. Wenn ihr jetzt gehört habt, dann ist das nicht mein Problem. Ja, das stimmt natürlich. Aber der hat gestern ernsthaft seine Klamotten in der Dusche gepasst und ist voll krank. Geil. Ist doch plötzlich kommt der so muss dein Auto auf sein. Wo soll ich dich hin machen? Da war ein Prummer, ne? Das war ein geskillter. Wow. Den habe ich gelevelt vorher. Oh, da ist einer! Nein, 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 nein. Hier. Ich habe auch null Leben. Das. Wie geht denn das? Fucking. Hacker, Hacker. Ach, schade. Nein, endlich. Ich habe Bene bekommen. Ja, ich hatte irgendwie null Leben und habe immer noch... Oh, netter Platz. Ziemlich offensichtlich, ne? So geil, wenn man rumläuft. Dann kann man talken, wie man will, ne? Das ist dich dein Ernst, oder? Yay! Und noch weiter. Der bewegt sich nicht mal. Wieso bewegst du dich nicht? Lektor, die Karte, die ist aber auch schwer. Siehst du mal die ganzen Pflanzen und überall steht irgend so ein schwuler Blumentopf. Der Wahnsinn. Kannst du als Prop dieser Panzer da werden? Welcher? Ja, kann schon sein. Keine Ahnung. Mir lustig. Ich bin ein unzerstörbares Objekt. Ja, unzerstörbares Objekt. Ja, unzerstörbares Objekt. Weißt du einfach mal 10 toten Blumentopf. Mortal Object. Hashtag Sword Art Online. Ah, da fadlos war das. Nope! Kein Stein. So, noch nicht vergessen, ne? Ab einer Minute sind wir wieder fair und taunten. Okay. Bist im Schluss, ne? Alter, ich taunt schon seit 2 Minuten und da... Du kannst uns bei einer Minute einmal taunten. Ja, du kannst uns bei einer Minute einmal taunten. Seid mal leise. Jenkins! Na Peppy, hörst du was? Ja, die, die mir zugucken. Ich bin nicht irgendwo rausgelischt, oder? Ich steh schon so da, dass man einen sehen kann, ne? Weil die die Leute antworten können vor allem. Du stehst da gut. Ja, die, die mir zugucken. Also das heißt, die... Ja, ich meine... Ich sage, du stehst da gut. Jungs, ich mute mich mal. Das geht nicht klar. Und jetzt noch? Jetzt immer noch? Ja. Oh, Alter, wie nice! Der Tuck... Das ist natürlich nicht nice. Ich glaube nicht, dass ich dich noch rechtzeitig finde. Selbst mit dem Taunt. Vermutig auch. Machen wir doch mal. Raus! Boah, siehst voll geil aus aus der Entfernung! Oh, da bist du schon nah dran! Oh oh! Kann man die Sound-Datei nicht irgendwie mal kürzen oder so? Da wird sie nicht so verwendet sein. Ich steh nicht hingucken, nicht hingucken, nicht hingucken! Gut! Schlippen! Ja, ich wollte halt nur sagen, dass du halt überhaupt gar nicht bei mir in der Nähe bist! Ach, scheiße! Ja, ich werde halt so weit weg gewesen sein, weißt? I like bit birds and I can not... Wo warst du? Nein, 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 ich, äh, am Brunnen. An welchem? What? Hier gibt's einen Brunnen. Hier gibt's zwei. Da ist ein Brunnen, oder? Fucking hell. Hell fucking. Der Brunnen war der Mörder. Schaut von vornherein. Wäre es legitim, wenn ich mir taunt auf meine Medien machen und die dann am Brunnen zu abschliere? Wenn du taunt was tust? Auch mein Handy und die dann so zwischendrin einfach mal so, um was zu platzen. Nee, weil dann hast du dann keine richtungsweisende, äh, ja, der Sound ist auf jeden Fall nicht Kopfhörer-Weiß-Stereo. Okay, Leute, wir machen das nicht, okay? Also, ich hab keine Ahnung, wo ich mich verstecken soll. Geil, ich hab ein zu gutes Versteck. Ich glaube, ihr findet mich das ganze Spiel über nicht, ganz ehrlich. Torte mal, dann finde ich nicht. Ja, okay, ich werde die ganze Zeit durchtornten, schwöre. Da war doch nichts. Hashtag, Hashtag Durchfraut. Hashtag Durchfraut. Warum kann man eigentlich die Fische hier nicht töten? Ja, warum kann man nicht prop werden mit den Fischen? Gibt's genug andere essbare Sachen. Boah, ich kann nicht mehr raus. Achso, ich dachte schon mal raus. Ich bin sogar so zuversichtlich auf mein Versteck, dass ich euch mal sage, was ich bin. Also ganz im Sinne unseres Austauschzuschauers. Ich bin hier total chinesisch unterwegs. Ich kann euch sagen, ich bin eine Flasche. Das musst du uns nicht extra sagen. Kann man diese komischen Apfelküsten werden als Pop? Bist du eine Milchflasche? Nein, ich bin eine Flasche Flasche. Achso, ich wollte dich nämlich schon fragen, welche Milchflasche du bist. Du bist eine Milchflasche. Nein, ich bin keine Milchflasche. Und da haben wir den Titel der Folge, Milchflasche. Hättest du dir gepasst? Ich muss sagen, Flecky, ich höre dich kein Stück torten. Ich torte die ganze Zeit, ich sag's dir. Ich bin zu weit entfernt womöglich, wa? Womöglich. Ich habe auch noch keinen Wobeilaufen sehen. Jetzt gerade habe ich einen gesehen. Hast du ein schönes Blümchen auf dem Kopf? Was? Was war nochmal die Taste zum Tor? Ich weiß doch, dass ihr irgendwo hier seid. F3 ist die Torntaste. Ja, da war ja was. Das ist ein Scherz, Alter. Go me, go me. Yeah. Hardcore. Boah, Alter, ich habe vergessen auch die... Die Kurs. Wee, wee. Er ist raus, er ist raus. Das ist ein Scherz. Woo. Es läuft. Es läuft so richtig schön, weißt du? Oh, oh, oh. Oh. Oh, Alter, trefft doch mal. Oh, shit. Oh, oh, ensgeil. Ich würde sagen, das war großartig. Ja, wie du Glück hattest mit dieser... Ach, fuck ey. 4 ist die Scherz. Ich hatte überhaupt kein Glück. Ich habe genau gewusst, dass du nicht schnell genug schießen wirst. Ich habe daneben geschossen, Alter. Du hast überhaupt nicht daneben geschossen. Ist er unter dem Auto? Ich habe mich hinter dem, hinter dem, hier, Pfostenversteck gehabt. Ist er unter dem Auto oder wo ist er? Ich bin nicht in deinem Team, also erwarte keine Antwort. Wer lebt denn jetzt noch von den Pops? Bein, ne? Pappy, du darfst ruhig taunen, du hast ein gutes Versteck. Ja, stimmt. Und das von mir, das ist einfach nur gemein. Hey, ich kann nichts dafür, dass hier irgendwie die Grafik auspackt und mich nicht mehr anzeigt. Das ist großartig. Und da, ich jumpe. Ich sehe dich mal, was du bist. Was bist du denn überhaupt? Ja, genau, ich jumpe. Ich bin komplett unsichtbar durch das Zeug. Wow. Das ist heftig. Das ist echt gemein, ganz ehrlich. Das ist echt heftig. Du darfst ruhig taunen, genau wie ich. Also die Runde, die gewinnen wir. Mein Internet laggt irgendwie megamäßig. Mein Problem ist nur gerade, ich kann, weil ich gegen die Wand gucke, wieder nicht sehen, ob irgendjemand kommt und mich abschickt. Ja, kein Stress. Ich gucke für dich. Also taunt ruhig durch. Das ist wie in einer Disco, als wenn du mit dem Kopf zur Wand guckst. Da kannst du nicht sehen, ob jemand von hinten bei der Toilette dich abcheckt. Yeah, I got it. What the fuck? Was hast du für Probleme, Peppy? Keine. Ich habe nur nach einem guten Vergleich gesucht. Und every time I shoot the wrong. Look, this is wrong. Nils spaßt es gerade aus mit Englisch. Ja, das ist spannend. Die Taunts sind irgendwie so leise. Sag dir mal, ich muss meinem Chinesen erklären, wie dieses Spiel funktioniert. Ja, erklär mal. Und Peppy rettet den Tag. Lauf, Peppy, lauf! Lauf, Schlampe, lauf! Ja, der ist an dir vorbeigelaufen. Peppy, du bist richtig kacke. Peppy, du bist scheiße. Hey, der Peppy, der hat letzte Runde für uns die Runde gewonnen. Der ist zwischen den Beinen durchgelaufen. Beinen durch. Amatmen. An-Trem für einimizature Saison. weigh